Adrenalin, Adre, äh, Adreeltyp ist 47, ich höre jetzt gerade nicht so gesehen. Charlie? Charlie? Charlie. Charlie, ich bin da. Oh ja, ich bin Charlie. Ja, Charlie. Das klingt so falsch. Charlie. Wie geht's denn, hä? Alles gut für dich? Ja, okay. Ah, jo. Jetzt solltest du dich fragen, was die Nachbarn denken. Charlie! Was ist los mit dem Jungen? Was ist denn mit Charlie? Ist was passiert? Ja, Charlie, hoiho! Okay. So, ähm. Jet Fahrraddu inferred. Charlie. Charlie, Charlie, Charlie Charlie. Harry! Charlie! Charlie GORDONI. Charlie! Charlie! Charlie Nein, da ist mir einer durchgekommen. Nein! Beide gefunden, da. Reade for ambush! Oh, sorry. Nein, mach weiter! Hallo? Ähm. Vor die Tür! Hallo? So, ich hab'n 2000er Ping, ist okay. Ich bin tot. Warum? Weiß ich nicht. Bist dein guter wieder am downloaden. Dankbar soll seine Pornos aufhören, immer runterzuladen. Ja, die kann er gerne runterladen, wenn ich nicht da bin, weißt du? Aber... Ja, man kann sie auch gucken auf Seiten wie... Weiß ich nicht. Jaja. Super! Ja. Hast du da schönes... Ey, bei mir hast du keine Waffe. Bist du mit dem Finger? Toll. Was ist bei dir? Was hältst du deine Finger in deiner Hand, hm? Weiß ich nicht. Warum... Was hältst du deiner... Deine Finger in deiner Hand? Hahaha. Da ist was auf. Da wurde ich getötet. Du brauchst ja nicht gleich zu schreien. Du bist in deinen eigenen... Wann bist du denn grad angeschossen? Ich hab den... Gegner angeschossen. Bei mir hast du nicht... nicht geschossen. Ich hab' bei mir geschossen. Du liegst da einfach die ganze Zeit und kriegst da rum. Liegst du auf'n Bauch? Nee. Ich kniee. Das hab' ich jetzt aber gesehen! Loll. Du schießt bei mir einfach nicht. Wie man zieht nur Blut und die Kippen um. Ey, dass du nie super du wackelst. Machst du voll die Magic-Sachen. Ja klar. Der ist unten. Ich glaub, der ist rausgesprungen. Nee. Machst du sowas etwa nie? Der ist unten dran vorne. Nee, nee. Ich mach das noch nicht. Oh, guck. Der ist unten. Ja. Hey, komm. Die sind alle oben. Mhm, mhm. Keller ist einer. Da ist gar einer von uns gestorben. Die Reisen oben und der Typ steht so doof, alter. Der stirbt gleich. Ja, sie können locker von mir rum. Drei, zwei, eins. Ja, genau da. Ja, Mute. Du hast das Fenster auf links von dir. Where is? Okay. Gute, du schicke Stute. Wo bist denn du? Was? Ich hab den einfach mal safe nicht gesehen. Ja. Aber halt, schies. Da war einfach alles dunkel. Ich hab einfach nur ins Dunkel geschossen. Bei mir hast du nicht geschossen. Boah, wie gewinnen. Alter, der ist vorne. Der ist grad... Der will durch die Tür und nicht von der Treppe runter. Jetzt kommt einer durch die Fresse runter, weil ich grad... Alter, die haben gerade... Ja, letzte Sekunde haben sie noch geplantet. Wer ist denn das? Ariana war da drin. Gute Adi, Ariana. Ja, das ist bestimmt ein Mädchen, ey. Ja. Boah, diese Mädchen immer noch. Ja, die meisten sind schlecht. Fast alle sind schlecht. Außer... Es gibt eine, die ist richtig heftig. Echt? Ja, Mann. Was? Ich glaub, die kennst... Ich glaub, die kennst du sogar. Wo ist denn nicht? Die heißt Kiri. Die ist richtig heftig. Echt? Krass. Der steht immer. We need to locate the bomb. We need to locate the bomb. Boop. Boop. Unten sind sie nicht, die sind oben. Und unten? Ne, warte. Ähm, Mute Stute ist wieder am Werk und... Ne, die sind mittlerweile gesto... Mittlerweile gesto... Mittlerweile gesto... Mittlerweile gesto... Ja, es ist einfach geworden. Es gibt einen Rumpf. Oh, ich bin schon weggefallen. Oh, ich musste... Oh, ich muss dir sehen. Wie ist das? Ich muss ich jetzt. Das ist ein Rumpf. Das ist eine Rumpf. Der Diffuser hat sich aufgegriffen. Procedet zu bomben die Location und Diffus es. Was ist das? Was ist das? Throw in flashbang! Brace for breach! Scanning! Sie verrunden! Clear the blast area! D-d-d-d-d-d-d! Schau mal diese Art wie eine Nadel, Art wie eine Nadel. Können theoretisch gleich mal runter und diffusen. Haha, der Fuß ist auch getroffen weil er da doof da lag. Der Fuß. Der Fuß des Todes. Boah ey, wie kannst du da reinschotten und fix jeden. Das ist so heftig. Das ist so heftig. Doch, du schießt da einfach. Ich könnte sowas gar nimmer. Du läufst da lang, fix aber jeden weg und ich check dir da immer null. Jo, klar wie geht das? Wir haben nie gefrühstückt um das zu können. Ich hab jetzt gefrühstückt. Ehrlich? Ja. Ich hab mir nur so ein Kaffee reingezogen. Oh, nur ein Kaffee. Oh, nur ein Kaffee. Oh, nur ein Kaffee. Oh, nur ein Kaffee. Warum nur ein Kaffee? Nee. Weil... So um... Für mir war keine Zeit. Nee, ich bin einfach so schwit aufgestanden, dass es schon Mittag war und dann hatte ich keinen Fall. Irgendwie... Küche... Nee. Na gut, das kenn ich. Das dürfte sein, lass mal durchmachen. Ah, da müssen wir... Ah, ich kann... Okay, warte, ich geh hoch. Ich save von oben alles. Und ich leg mich jetzt auch in die Badewanne. Was ist da? Wenn die hier irgendwas zurück machen sollten, ich einfach nur von hinten rein stürme und ihn... esse. Setting C4! Sensor deployed. Be advised, the O4 has located a bomb. Bei dir ist von beiden Seiten geändert sein. Mhm. Ja, da war runtergefallen. Aber ich hab nichts gesehen. Oh, scheiße. Ich höre, wie oben hier so ein Typ rumläuft. Ich hab gehört, wie so ein Typ stirbt. Mhm. Das hab ich gesehen. Fuck. Direkt an der Treppe oben. Näh, schloh. Näh, schloh. Näh, schloh. Näh, schloh. Näh, schloh mit 20 Minuten. Näh, schloh mit 20 Minuten. Näh, schloh. Scheiße. Nein. Oh nein, durch Granaten bist du gestorben. Ja, die ist mir voll in die Fresse gefahren. Verdammt. Verdammt. Wenn man den Moment, in dem ich zu dem anderen hinwollte, macht der seine Kacke da rein und kurz bevor ich den Raum verlasse, sterbe ich. Oh, scheiße. Oh. Komm, jetzt kann man immer alles reißen. Alles klar, alles klar. Wir brauchen einen Located Bar. Wir brauchen ein... Guck mal, wo ist denn her? Was ist denn so der schöne Stein? Oh. Oh. Ja, wo ist die dritte? Selber Raum. Oh, selber. Oh, das ist gut. Ich bin nämlich durch das kleine Fenster da gestrungen. In das heiße Fenster. Wenn das derselbe Raum ist, dann klappt meine Theorie sogar. Okay. Ich weiß nicht, für diesen Screener irgendwie scheiße, der ist so unnötig. Ja. Okay. Wo wollte ich jetzt eigentlich schon wieder gehen? Habe es vergessen. Nice. Na, hier wollte ich wo. Ich muss jetzt einmal was rauslaufen. Ja. Hier. Genau. Da ist in dem Raum einer. Der läuft die ganze Zeit vor meinem Fenster rum. Verdammt. Was ist los? Da ist einer. Oben. Achtung. Ein verbaler fort. Drei kleinere Fahnen. Achtung. Ich bin hier an. OK. Ich bin hier an. Wir sind hier an. Ich bin hier an. Ich habe mich nicht gemacht. Scheiß, der war hier. Oh, das ist nicht farbgelenkt. Traurig. Das ist der Scheiß, das war Kürre. Weiß wir uns vor der Nuss, Alter. Ja, schön. Darn, bitch. Easy. Overtime. Welch Punkt. So geht es. Jetzt bin ich ready. Jetzt bin ich ready for the win, Alter. Ready for the win? Du, komm her! Oh, why? Oh, ich finde es voll cool. Ist gerade irgendein, irgendwas rumgeflogen. Oh, was rumgeflogen. Ja, und was... ...dil dann ist. Äh, übrigens, ähm... Hast du schon... Bist du genug? Was hab ich? Nee, was schon hab ich nicht? Bist du genug? Das mach ich jetzt sofort. Ja, ja, ja... ...häd du jetzt of to that. Ten second. Five second. Five second. If I see... Auf four is located... ... 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 Das war's. Bam, bam, bam. Die beiden Außenkameras sind schon da. Da fällt eine Drohne, die kommt gleich runter. Scheiße, ich komme da nicht durch. Jetzt sofort eine runter. Scheiße. Arme Arsch! Schon wieder diese Fuse-Kacke. Das hat mich gar nicht gesehen. Der will nicht aufhören auf dich zu schießen. Ja er hat gesehen, ich habe mich beweilt. Gott. Aus die Maus. Aus die Maus, die Mickey Maus. haha oh diese Rhymes